Heute geht es um mein Herzensprojekt, die Aktienlust, Aktienrente. Und jeder von euch kann dabei sein und meinen Weg mitgehen, um mit 50 Euro, 100 Euro, 500 Euro im Monat, ja in den nächsten Jahren ein Aktienvermögen aufzubauen, von bis zu einer Million und Zusatzrenten von 4.000, 6.000, 8.000 Euro. Ich zeige euch heute, wie das geht. Bleibt dran. Ja, hallo und herzlich willkommen bei meinem Herzensprojekt der Aktienrente. Und ich weiß, dass viele darauf warten. Ja, schon seit dem Sommerinterview, das ich mit Nicole geführt habe, da habe ich das ja schon so angedeutet, dass ich nochmal richtig Bock darauf habe, meinen Weg, den ich ja die letzten 40 Jahre gegangen bin, einfach nochmal neu zu gehen. Und jeder von euch da draußen kann dabei sein. Denn wie gesagt, ich starte nochmal neu mit meinem eigenen Geld, ja. Und egal da draußen, ob ihr schon Aktien habt oder noch nicht, ob ihr bis jetzt nur in Fonds investiertet, ob ihr vielleicht auch Vermögen seid, aber euch einfach nicht rantraut, selbst mal in Aktien zu investieren, ich nehme euch einfach an die Hand und werde euch Monat für Monat zeigen, wie ich es tue. Und das könnt ihr eben eins zu eins genau so nachvollziehen. Denn ich weiß aus Erfahrung da draußen, ja, und natürlich auch hier von unserem Aktienlustkanal, dass sogar erfahrene Anleger, die schon 10, 20 Jahre investieren, ja trotzdem so viele Fehler machen, dass sie unter dem Strich kaum Rendite erzielen. Also auch für die vielleicht eine Gelegenheit, nochmal zusätzlich etwas Neues zu starten, ja. Und dann dabei zu sein bei der Aktienrennen. Alle reden drüber, ich mache es endlich, ja. Und das ist das, worauf ich richtig, richtig Bock habe. Weil natürlich über die Jahre hinweg hat sich bei mir jetzt so viel aufgebaut, da geht es eigentlich nur noch um Feintuning. Ich will nochmal von vorne anfangen, so wie ich es gemacht habe. Einfach erstmal Aktien sammeln, ein Depot aufbauen, dann letztendlich Feintuning machen, auch mal Gewinne mitnehmen. Und das werde ich tun und euch ganz transparent aufzeigen. Mit meinem Geld auf einem Echtgelddepot, wo ich euch regelmäßig, Monat für Monat, die Auszüge zeige damit, was ich eben selbst jetzt gehandhabt habe und in was ich investiert habe. Und nochmal an euch, es ist völlig egal, ob ihr mit 50 Euro das nachvollziehen wollt, mit 100, 200, 500 oder dem Doppelten. Das Schöne heute ist, und das gab es ja zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe, nicht. Heute gibt es Online-Broker, wo ihr wirklich mit Mini-Gebühren, ja teilweise kostenlos Aktien kaufen könnt. Da kostet dir der Kauf einer Aktie oder einer Position über 50 Euro nur 51 Euro oder 50,50 Euro. Also das geht alles. Ihr könnt also eins zu eins eben bei dem dabei sein, was ich mache. Ja, warum investiere ich 500 Euro? Ja, das ist der Betrag, den ich monatlich eben in Aktien investieren werde. Ich habe einen Dauerauftrag eingerichtet auf mein Depotkonto, 500 Euro und das investiere ich. Ich halte 500 Euro auch für eine wichtige Orientierung, gerade für junge Menschen, zu sagen, ich muss ja erstmal in meinen Job investieren, in mich selbst investieren. Ja, und als Orientierung 500 Euro irgendwann mal übrig zu haben für die Geldanlage, für die private Altersvorsorge. Wenn ihr das schafft, dann schafft ihr es auch locker zur Million. Ja, den Weg, den werde ich euch aufzeigen. Es geht aber auch schon mit 200 Euro. Auch dieses Beispiel werde ich euch eben zeigen. Und ihr müsst euch keine Gedanken machen, wann ihr welche Aktien kauft. Denn das übernehme ich ganz klar für euch, und zwar Monat für Monat. Denn natürlich, an der Börse passiert ja viel. Das zeige ich euch auch gleich nochmal auf. Es gibt natürlich Krisen, es gibt Euphoriephasen, es gibt normale Phasen. Und dementsprechend suche ich je nach Marktphase natürlich die Aktien aus, die ich da gerade für sinnvoll erachte. Also aktuell beispielsweise würde ich sehr wahrscheinlich nicht eine NVIDIA kaufen, weil die einfach schon eine Riesenentwicklung genommen hat. Und vielleicht auch erstmal eine Pause braucht. Irgendwann in den kommenden zwei, drei Jahren auch mal mehr korrigieren wird. Dann wird sie auch ein Thema für die Aktienrente werden. Es wird für euch, und das kann ich versprechen, eine sehr, sehr entspannte Reise werden. Und da habe ich jetzt mal ein paar Charts dabei, die mir an dieser Stelle wichtig sind. Und wir fangen mal mit dem DAX an. Und ihr seht eigentlich hier das ganze Dilemma deutscher Anleger in den letzten Jahren. Wann sind die Deutschen zur Börse gekommen? Erstmals in Berührung gekommen mit dem Börsengang der Deutschen Telekom. Viele wussten vorher gar nicht, was Aktien sind. Aber es hat gedauert, bis eine breite Masse an die Börse gegangen ist. Das Aktienfieber mit dem neuen Markt, die dabei waren, die können sich natürlich noch daran erinnern. Dann kam aus der massiven Überbewertung damals heraus eine echte BASE, ein echter Crash. Und dann haben viele zum schlechtesten aller Zeitpunkte wirklich zu den Tiefpunkten das Handtuch geworfen. Und dann ging es weiter. Wir hatten dann die Jahre 2002 bis 2007, wo der DAX plötzlich wieder seine Höchststände erreicht hat. Und viele haben gedacht, ach Mensch, jetzt ist die Zeit, wieder reinzugehen. Und dann kam die Finanzkrise. Und dann haben sie endgültig aufgegeben. Und das hat lange gedauert und die Börse ist weitergelaufen. Sie hat dann natürlich auch wieder Zwischenhochs erreicht, wieder Korrekturen, Zwischenhochs, Korrekturen. Und im Grunde genommen, muss man ja sagen, wurde die Börse neu entdeckt während der Corona-Zeit. Als viele wieder Zeit hatten, sich mit Dingen zu beschäftigen, die vielleicht für sie die ganze Zeit außerhalb ihres Bildschirms waren, gab es auf einmal die Börse. Weil man war online unterwegs und man konnte online handeln. Dann ging das auch mit Kryptos los und so weiter. Also viele haben damals neu die Börse entdeckt und viele sind da auch bis heute dabei geblieben. Auch wenn da natürlich dann durch die Krise, durch den Ukraine-Krieg, da gab es ja auch mal Rückschritte wieder an der Börse. Auch bei den Kryptowährungen, auch viele da natürlich darunter gelitten haben. Aber jetzt komme ich zu einem zweiten Bild, was mir extrem wichtig ist, eben gerade diesbezüglich. Gerade wenn ich Aktienrente mache und kontinuierlich investiere, muss ich wissen, dass an der Börse nichts geradlinig läuft. Die Börse per se geht immer nach oben und zwar im Schnitt über die Jahre um 8 bis 10 Prozent. Im Schnitt, egal welche Dekade ich nehme, welchen Zeitraum ich nehme. Aber zwischendurch gibt es eben Höhenflüge und Einschnitte, oft eben auch durch Krisen. Wir haben den Börsen-Crashen 87, Japan-Krise, Golfkrieg, Asien-Krise, der Crash 11. September. Wir hatten die Atomkatastrophe Fukushima, die Lehman-Krise, Euro-Krise, nochmal Euro-Krise, Krieg hinan. Dann der Handelsstreit, ja EU, als Donald Trump an die Macht kam, ja EU, China, ja hat eingeschlagen. Wir hatten dann Corona und letztendlich auch die Ukraine-Krise. Also das waren Krisen der letzten Jahrzehnte und eins war immer der Fall. Die Börse geht immer gestärkt aus solchen Krisen hervor und auch die besten Unternehmen gehen gestärkt aus solchen Krisen hervor, weil eben Unternehmen in Krisen Chancen sehen. Das heißt Unternehmen, natürlich wenn es irgendwann mal schwieriger wird, wir sehen das ja auch aktuell wieder mal, ja da wird jede Schraube umgedreht und geguckt, wie ich Kosten sparen kann, um dann eben wieder Gas zu geben, wenn es wieder nach oben geht. Und wenn wir uns eben jetzt den nächsten Chart auch nochmal anschauen, dann seht ihr eben eines, die Börse, die steigt über die Jahre hinweg. Und ihr seht natürlich oben die Technologie Börse Nasdaq, da wo also die Wachstumsunternehmen stecken, die steigt im Schnitt nochmal doppelt so stark wie Standardwerteindizes. Also von daher, wir haben alles im Blick, ja. Und ich habe für euch sowieso alles im Blick und werde immer entscheiden, wann ich in welche Aktien investieren werde. Und eine Sache auch vom Fahrplan her, es ist natürlich am Anfang erstmal Aktien sammeln angesagt. Also ich werde am Anfang erstmal Monat für Monat mir ein schönes Depot aufbauen und ihr könnt das 1 zu 1 eben nachvollziehen. Mit der Zeit haben wir 12, 24, 36 Aktien im Depot und dann wird der Punkt kommen, wo man auch mal Aufstock, wo man auch mal Gewinne mitnimmt. Das werde ich alles euch vorzeigen. Ja, ich werde alles ganz transparent machen. Ihr seht immer mein Depot, ihr seht immer, was ich tue und ihr könnt das letztendlich genau so nachvollziehen. Entscheidend bei der ganzen Geschichte ist das, dass wir natürlich ein Ziel haben. Und ein Ziel, über die Jahre hinweg ein Aktienvermögen aufzubauen, ja, von 500.000, 800.000, am besten, und das ist mein Ziel, von über einer Million Euro. Um dann eben das zweite Ziel zu erreichen, ein sehr, sehr attraktives, passives Einkommen, eine Zusatzrente. Und ich werde euch morgen in einem Zusatzvideo alles nochmal rechnerisch darlegen, dass das keine Hirngespinste sind, dass das wirklich realistisch ist, das sind auch keine Wahnsinnsversprechungen, das ist einfach nur eine Strategie, Kurs halten, mitmachen und dann erreicht auch ihr diese Ziele. Das werde ich euch morgen genau nochmal vorrechnen. Übrigens passiert alles nochmal auf meinem Weg, den ich die letzten 30, 40 Jahre gegangen bin. Und ich bin überzeugt davon, dass die nächsten 30, 40 Jahren euch, ja, mir vielleicht noch die nächsten 25, 30, euch vielleicht noch ein bisschen mehr, noch bessere Möglichkeiten liefern werden, weil wir haben so geile Trends laufen, ja, so viele tolle Wachstumsmärkte und Segmente und es kommen immer neue dazu. Also es ist so schön und spannend und motivierend, in diese Börse zu investieren über die Monate hinweg, dass ich eben richtig Spaß habe. Meine persönliche Durchschnittsperformance übrigens in den letzten Jahrzehnten, die liegt bei etwas über 20 Prozent. Und ich muss zugeben, ich habe gerade in den Anfangsjahren sogar noch viele, viele Fehler eingebaut. Ja, die will ich hier im Einzelnen gar nicht erzählen, aber die will ich nicht nochmal machen. Und deswegen gehe ich sehr, sehr motiviert und auch optimistisch an das Projekt an. Also ich peile an, mit diesem Depot über die nächsten 10, 20 Jahre eine Durchschnittsperformance zwischen 15 und 20 Prozent zu erreichen. Das ist mein Mindestziel, das ich da vorhabe und ich erkläre euch auch gleich, dass das durchaus auch noch etwas mehr werden kann. Weil das, was mir in den letzten Jahrzehnten passiert ist, ich nenne es extra passiert, weil natürlich zu den Zeitpunkten, wo ich da investiert habe, wusste ich auch nicht, was da kommt. Ja, was mir da mehrfach passiert ist, das wird auch euch mehrfach passieren, weil wir werden Aktien sammeln. Das heißt, es wird Phasen geben, vor allen Dingen, wenn der Markt auch mal ausatmet, wenn er in einer Krise steckt, vielleicht sogar noch Bäs, wo wir ganz gezielt auch junge Wachstumsunternehmen, etablierte Wachstumsunternehmen, die unter Druck geraten sind, einsammeln werden. Ja, und dann passiert euch eben das, was mir auch mit einer Apple passiert ist. Schaut euch den Chart an. Vor 20 Jahren bis heute wären aus 500 Euro 270.000 Euro geworden. Nur mit einem Investment, genauso eben aus 50 Euro 27.000 Euro. Ja, einfach indem man die Aktie damals gekauft hätte und sie heute noch hat. Wobei ich das sogar dazu sagen muss, Apple zahlt mittlerweile Dividende. Also das kommt noch on top. Also das einfach eine Aktie kaufen, zu einem guten Zeitpunkt und liegen lassen. Und schauen, was daraus wird. Und ich bin überzeugt davon, dass heute genauso Unternehmen irgendwo vor uns liegen und die wir irgendwann einsammeln werden, wo das Gleiche passiert. Es geht natürlich noch besser und ihr kennt auch wahrscheinlich das Beispiel, was ich jetzt bringen werde, nämlich Nvidia. Ja, schaut euch Nvidia an 2004. Also ich muss ja zugeben, ich habe Nvidia schon vor der Jahrtausendwende, weil damals, wer Aktienlust verfolgt, weiß das, dass die Gaming-Aktie war. Ohne die GeForce-Grafikkarte von Nvidia ging gar nichts. Und ich war ja selber Gambler und habe deswegen dieses Unternehmen gekannt und auch mich für die Aktie interessiert. Von 2004 bis heute hat die Aktie sage und schreibe über 80.000% zugelegt. Von daher, aus 500 Euro sind da tatsächlich bis heute 400.000 Euro draus geworden. Mit einer einzigen Aktie. Und das heißt, wer hier 50 Euro investiert hat, hat daraus 40.000 Euro gemacht. Und an diesen beiden Beispielen seht ihr natürlich ganz klar, was da drin ist. Als Zusatz obendrauf zu dieser von mir geplanten Performance. Es sind so viele schöne Aktien, die ich gesammelt habe. Ich war ja auch Aktiensammler. Das werde ich weiter tun. Ich werde auch ein paar Aktien natürlich sammeln, die ich schon habe, weil die auch in den nächsten 10, 15 Jahren ihren Weg gehen werden. Zum Beispiel Vertex Pharmaceuticals, schauen wir uns auch mal an. Ja, auch tolles Unternehmen, auch einen tollen Wegegang. Hier wären aus 500 Euro 25.000 Euro geworden in den letzten 20 Jahren. Das ist ja auch nicht so verkehrt. Ja, aber natürlich stehen auch Dividendenaktien bei mir ganz oben auf der Agenda. Ja, beispielsweise eine Procter & Gamble. Auch hier mal ein Blick auf den Chart und diese ganzen Kästchen, die ihr da seht. Das sind einzelne Quartalsdividenden, ja, weil Procter & Gamble Quartal für Quartal ausschüttet. Und zwar seit 30, 40 Jahren, eigentlich sogar seit 60 Jahren immer mehr. Von Jahr zu Jahr gibt es mehr Dividende und der Aktienkurs steigt darüber hinaus. Natürlich wollen wir euch das auch nicht vorenthalten. Oder auch eine Allianz-Aktie, ja, auch ganz spannend. Allianz, den Versicherer, kennt ihr natürlich alle. Ja, und vielleicht sagt ihr ganz, ganz, ganz langweilig. Aber nicht für die, die auf Dividenden schauen. Und das schauen wir uns jetzt mal eben an. Vor 20 Jahren bei 84 Euro gab es 1,75 Euro Dividende. Die Aktie umgerechnet knapp 1,9 Prozent, 1,8, 1,9 Prozent Rendite. Ja, für das Geld, was ich damals investiert habe, kassiere ich heute 16,4 Prozent, weil eben die Dividende von 1,50 Euro auf 13,80 Euro bis heute gestiegen ist. Ja, also das werden wir genauso anpacken. Ja, weil natürlich nach hinten raus, je weiter wir gehen mit der Aktienrente, setzen wir auch zunehmend auf passives Einkommen. Also, ich denke und ich bin auch überzeugt davon, dass ihr jetzt richtig Bock habt, mit mir diesen Weg der Aktienrente zu gehen. Meinen Weg noch einmal mitzugehen, egal mit welchem Betrag auch immer. Und die Ankündigung jetzt, am 2. Oktober geht es schon los. Dann werde ich meinen ersten Kauf tätigen. Und wenn ihr euch jetzt anmeldet und dabei sein wollt, dann bekommt ihr natürlich von mir an diesem Tag eine Mail mit der Order, die ich kaufe. Und ihr könnt entscheiden, macht ihr das 1 zu 1 oder kauft ihr einen Teil davon oder das Doppelte oder Dreifache. Das obliegt euch selbst. Und meine Empfehlung noch einmal, macht es separat auf einem eigenen Depot, damit ihr es gar nicht in Versuchung geratet, da irgendwas auseinander zu bringen oder irgendwas dazu zu kaufen. Dann macht ihr dann wieder irgendwie Kasse um das oder jenes zu machen. Macht es separat. Und wie gesagt, ich habe extra für mich ein neues Depot eingerichtet. Wenn ihr euch angemeldet habt, dann bekommt ihr ein Video, wo ich das gemacht habe und welche Zusatznutzen ihr davon auch haben werdet. Das Schöne ist, ihr könnt dann wirklich 1 zu 1 auch sehen, ich werde dort kaufen, ihr kauft dort. Also einfacher geht es nicht. Und was kostet jetzt das Ganze? Wir haben es wirklich so günstig wie nur möglich gemacht. 9,90 Euro im Monat. 9,90 Euro also pro Depotaufnahme. Und das heißt aber auch einmalig bezahlt und dann wird diese Aktie begleitet über die ganzen Jahre hinweg. Also auch zum Thema Gewinnmitnahmen. Also wenn so eine Aktie sich vervielfach hat, das war auch mal ein bisschen was rausnehmen, um auch davon irgendwo anders aufzustocken oder neu zuzukaufen. Ja, einmalig 9,90 Euro und da könnt ihr euch ja ausrechnen, über 10 Jahre sind das keine 1200 Euro und über 20 Jahre 2400 Euro für die Aktienrente, die euch am Ende Vermögen zwischen 500.000 oder eine Million und mehr eben bescheren wird, wenn ihr entsprechend diese Zeit so lange auch mit mir geht. Und die Vorteile liegen auf der Hand. Es gibt keine versteckten Kosten. Es ist euer Geld. Es ist euer Depot. Und alle die, die bis jetzt vielleicht noch nicht an der Börse sind, ihr lernt damit auch endlich zu investieren und dabei zu sein. Ihr könnt jederzeit sehen, wie euer Depot steht. Ihr könnt jederzeit entscheiden, wie viel ihr investiert. Vielleicht ist es ja am Anfang weniger, die, die jetzt ins Berufsleben gehen und mit 50 Euro oder 100 Euro starten, die werden vielleicht in drei Jahren auf 200 Euro aufstocken und in fünf Jahren auf 500 Euro aufstocken. Und natürlich wissen wir nicht, wie sich generell die Lebenshaltungskosten und die Einkommenssituation ändern. Aber wir gehen da mit. Das ist ja das Schöne an der Börse, dass wir da mitgehen. Und dann ist natürlich das, was ich euch auch morgen in dem Beispiel Rechnung zeigen werde, ein Blick auf die heutige Ist-Situation. Es geht darum, wenn ich heute diese Zahlen im Vergleich nehme, was ist heute 500 Euro, was ist dann eine Million und entsprechend werden wir das natürlich in den nächsten Jahren begleiten, anpassen. Also einfacher, transparenter geht es nicht. Natürlich könnt ihr jederzeit kündigen und zwar monatlich. Also wenn ihr anfangt und nach drei, vier Monaten entdeckt, also das ist für mich nichts, ich würde mich wundern, wenn das der Fall ist, dann könnt ihr jederzeit monatlich kündigen. Auch das ist fair, transparent, besser geht es nicht. Ihr könnt natürlich auch weitermachen und sagen, also in dem Monat die Empfehlung, die gefällt mir nicht, also da will ich nicht investieren. Was weiß ich aus ethischen Gründen, wenn es rein Metall werden sollte oder aus anderen Gründen, weil ich Amazon kaufe. Also das ist natürlich euch überlassen, ob ihr das dann macht oder nicht, ob ihr mal eine Pause einlegt und im nächsten Monat dann mehr investiert, weil euch die Aktie dann besser gefällt. All das entscheidet ihr selber und natürlich auch, wie gesagt, diese Kündigungsoptionen. Ihr könnt jederzeit damit aufhören, wenn ihr wollt. Also nochmal zum Ablauf. Am 2. Oktober geht es los. Ich hoffe, ihr meldet euch jetzt an, damit ihr die Vorkehrung trefft, damit ihr das Depot habt. Ja, wer es noch nicht hat, da habt ihr noch genügend Zeit, euch ein Depot einzurichten, wenn ihr nicht wisst, wie es geht. Wie gesagt, wenn ihr euch angemeldet habt, führen wir euch da Schritt für Schritt hin, sogar mit dem Video, wie ich das Depot eröffnet habe. Also einfacher geht es nicht. Natürlich könnt ihr auf jedem Depot das machen. Also wer das jetzt nicht machen will, sagt, ich will nicht noch ein Depot. Es geht überall natürlich. Ich möchte nur nochmal erinnern, diese Schwierigkeit, die Erfahrung, wer da einen Gemischtwarenladen in seinem Depot hat, der kommt oft strategisch irgendwie durcheinander. Also ihr bekommt Monat für Monat von mir einfach nur eine Mail mit dem, was ich mache. Und natürlich mit meinem Depotauszug. Am Anfang ist noch nichts drin, aber über die Monate hinweg wird sich das Depot natürlich füllen. Das werde ich ganz transparent mit euch teilen. Also, was sind jetzt eure Hausaufgaben? Also unter dem Video einfach anmelden. Wer noch kein Depot hat, dann macht jetzt die Depoteröffnung. Ihr könnt euch da an meinem Video orientieren. Das geht ganz einfach. Ich habe das innerhalb von zwei Stunden erledigt gehabt. Von dem ersten Ausfüllen bis zum Video-Ident und dann letztendlich schon die Nachricht von dem Broker. Ich bin dabei. Also es geht wirklich, wirklich einfach. Das ist keine Zauberei. Das ist die Hausaufgabe. Dabei sein. Und dann bekommt ihr am 2. Oktober von mir die erste Order. Dann natürlich monatlich die nächsten. Also ich habe richtig Bock darauf. Und ich hoffe ihr auch. Und ich freue mich darauf, wenn viele Leute von euch dabei sind. Und nehmt eure Enkel mit, eure Freunde mit, Aktienrente. Wenn die anderen reden, wir nehmen es selber in die Hand. Ja, und ich zeige euch wie. Und wie gesagt, ich freue mich darauf. Alle Infos unter dem Video. Und denkt dran, die Beispielrechnung dann, die gibt es dann nochmal morgen in einem Extra-Video. Alle Infos unter dem Video. Untertitelung des ZDF, 2020